moin und herzlich willkommen zu meinem ersten youtube video hier und zwar machen wir eben ein flashback jonas squatbilder battle und mit dabei ist nämlich der gute bene guten tag und ja dann würde ich mal sagen schicken wir direkt mal das team ab wir haben das nämlich schon vorbereitet aber dann sehen wir eben gleich jetzt auch noch den walkout jonas und ja ich habe auch abgeschickt und ich würde sagen ist auch eine interessante karte mit firestar wie folgt viel jumping denke ich was auch gut für die meter ist ich hoffe bei dir schon raus bei mir ist gerade ring also jetzt gleich daraus bei mir jetzt also die werte auf der karte sind halt schon krass wenn mit 93 schießen also definitiv spiel war vor allem wenn man nur 100 k für den zahlen muss also empfiehlt sich den mal mitzunehmen sollten extremer meter spieler auch weil das so krass im kopfball ist hast du schon geskippt jetzt also man sieht es ja hier bei den stats 99 heading accuracy also kopfball tritt präzision 99 also der macht die dann immer rein mit grün womit sie macht sich jumping wir dann auch sehr oft an die kopfball hinkommen ja muss sagen sie jetzt noch kurz die packs ja wird sie ja zuerst das mega pack in 3 2 1 die externe ein wort aus dem wort spieler nicht nicht mit klasse was wurde maschine ich dachte bei uns aus bestimmt kommen ja das muss man wussten ich hab verletzte gezogen herr und das letzte weiß ich nicht so mann wir weiter mit dem freundlichen speck 3 2 1 go hast du siehst du schon ach so dass sie schon ja ich ziehe ja ich hab wort auf jeden fall alles war kein wort ich auch nicht ich hab glück gezogen also geht besser an dem bonnet speichern wir uns auf der konferenz der falls man abwärts machen kann hast du schon das ist keine ahnung x gutes ok ja aber ich sagen bauen wir uns jetzt die teams und dann sehen wir uns gleich wieder so wir haben uns jetzt eben schnell die teams gebaut und ich will mal sagen wenn du ja der gast bist darfst du entscheiden ob du zuerst ins team stellen willst oder rein halten ich fang mal direkt mal an ich fang mal direkt mal an mit was denn du hast ja 4 3 3 oder also mit also ich reinstellen die spieler ja genau ok warte dann muss ich das sagen ja ok und zwar linker flügel habe ich den guten alten neymar und rechter flügel ein bisschen obvious pick denke ich mit pizzi totz ok ich dachte mir dass du nicht so obvious gehst ich dachte du hast linker flügel acuña den habe ich auch selber in dem liga nospack gezogen ach der argentinier und rechter flügel und rechter flügel richarlison weil das ja auch mal gesagt dass du den richtig geil findest stimmt und es ist ja nicht linker flügel charleston er hat ein rechts mittelfeld im form glaube ich stimmt der once to watch ist nicht der linkes mittelfeld der hab ich immer gespielt würde ich mal sagen welche promotion spielst du auf 4 2 3 1 linker zieler ist natürlich jonas wer warte ich muss noch kurz reinhalten ok wer ist drin ich fange damit ein stürmer an stürmer bei mir ist richarlison im form der first im form rechter 10er heugen minson team of the season schmeckt auf jeden fall und mittlerer 10er ist brasilian linker jonas roberto firmino der ein bisschen obvious ist glaube ich junge ich hab full tots liganos aufgeschrieben ja das ist immer nice ich hab seferovic bruno fernandez und joao felix let's go also können wir beide behalten let's go jo dann machen wir jetzt weiter mit den zwei z-tams bei dir ich halt rein jo linker 6er du siehst es ja selber jonas der braucht noch einen link deswegen habe ich dann im brasilianer ja eine special card ja dieser spieler spielt normal nicht auf dem 6er ja das ist komplett naldo food birthday boah junge wurde dir immer raus wo ist die wochenaufgabenspiele und auf dem rechten 6er spielt bei mir ganz obvious aber ich hoffe es ist zu obvious muss seit dem billi man let's go ich wusste ich dachte mir so dass du spurs gehst aber ich habe dann fernandinho und fabinho aufgeschrieben ok ja ich hätte beide auch noch in roh dem fahrer in fernandinho ja eben das wusste ich also bei fernandinho wusste ich es nicht und bei fabinho wusste ich es nicht jo so dann möchte ich sagen machst du jetzt äh hältst du schon rein bei mir die dritte ne noch nicht ok jetzt ok dann haben wir im linken z m petros tots wen petros ah das ist ja ah ich wollte ihn fast reinmachen und seinen guten alten perfect link kollegen giuliano in der mitte und rechtes z m hab ich renato sanchez UCL live renato sanchez ach stimmt zu pizzi ja ich hab keinen ich hab ja äh arthur taliska und allen aber den petros das hab ich gesehen ich wollte fast reinnehmen so dann machen wir jetzt weiter mit den außenverteidigern und ich würde mal sagen da halte ich zuerst rein oder ok wie du willst ja linksverteidiger warte kurz äh jo jetzt sieht man es habe ich ein bisschen ob wir es eine italiener barreca vom as ja ja hört sich schon mal nicht wohl an und auf dem rechtsverteidiger habe ich einen engländer aus der premier league fredericks wem hast du da fredericks 95 thema ah ja irgendwann ja moin also er wird mal wieder außen durch rennen oder aber ich muss sich leider enttäuschen weil barecke habe ich aufgeschrieben wen hast du aufgeschrieben barecke und minje ok 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 also ich würde sagen dann kommt auf jeden fall der torwart in die linksverteidigung alles klar so im tor habe ich mich jetzt für den guten leonardo entschieden 40 tempo 1 89 groß ich glaube auf dem außenverteidiger passt der gut rein der gewinnt die kopfballe ja ich denke außenverteidiger ist so die unwichtigste position und da kann auch am liebsten Torwart stehen so ich würde dann auch gleich mal rein halten bist du soweit klar jo und zwar ja warte ich muss ich sagen also jetzt sage ich gehe mal mit dem pick den du safe nicht hast und zwar denke ich hast du linksverteidiger nicht für pro aufgeschrieben ok den habe ich echt nicht aufgeschrieben den kenne ich auch gar nicht 85er bei bete Sevilla und rechtsverteidiger ich denke es dir ist aufgefallen denn Renato Sanchez braucht halt noch einen link war eine 50-50 Situation Raffinja oder Kimmich und ich habe mich dann letztendlich für Raffinja entschieden Kannst du haben nein als ob den Scream wahrscheinlich oder ja 99 für 699 passen ja kannst du haben hast du Kimmich aufgeschrieben ja ich hab Kimmich so dann machen wir jetzt weiter mit den letzten Positionen nämlich mit den Innenverteidiger und dem Torwart und da würde ich sagen da halte ich mal direkt rein linke Innenverteidiger ist bei mir ein Brasilianer und zwar Fabinho in Form ja morgen da habe ich in rot rechte Innenverteidiger ja rechte Innenverteidiger ist bei mir Laporte Team of the Season und im Tor Alison 95er tot ja moin ich habe aufgeschrieben also es ist schon eine sehr kreative Lösung mit den Naja Scream Aida Weyred und Lopez ja nice also ich würde sagen kannst alle behalten dann würde ich sagen stelle ich auf meine Spieler rein hättest du rein ich halte rein ok also dir ist ja bestimmt aufgefallen dass der Giuliano noch einen Link braucht jo und da habe ich mir den guten alten David Lewis ins Team geholt dann habe ich linke Innenverteidigung Marc Batra und im Tor um die dann zu linken habe ich Kepa ich habe gar keinen wen hast du aufgeschrieben? ich habe Mandy aufgeschrieben für den Strongling zu Firpo ach so der aus Algerien Algerien? der ist bei mir Spahn ach so ja Mandy ist aus Algerien ja rechter Innenverteidiger Gabriel Paulista und im Tor Dmitrovic in Form na ich dachte mir dass du vielleicht auch mit Sidney in Form oder so gehst ja der war aber zu offensichtlich den hatte ich auch zuerst drin aber war mir klar dass du die nicht nimmst ok nice dann würde ich sagen lad mich ein und sehen wir uns gleich im Spiel alles klar so dann würde ich mal sagen gehen wir rein ins Spiel das hat mir halt krass das ein volles Team habe ich ein bisschen dumm gestellt dann ja ok bei dir war auch 50-50 mit mit Raphine ja ja und bei dir auch mit dem LV ob es Baraka oder der andere wurde auf jeden Fall krass dass du mit Alisson Todt, Laporte Todt, Son Todt spielst mhm das wird auf jeden Fall krass ja Laporte habe ich auch unter Spahn den habe ich in den Premier League das Pack gezogen ja so let's go let's go ach du scheiße das war so schön rausge- oh mein Gott das war so schön rausge- oh mein Junge der Grün wäre dann bestimmt gefährlich gekommen ne ne der war raus das ist krass Moin Digga Moin Junge aus dem Nichts richtig geil ja das war richtig gefährlich so weißt wenn wenn da so viele hinten stehen einfach Wolli Ratatapeng Ratatapeng richtig gegeben alter Ratatapeng von der feisten Sorte oh mein Gott boah das ist so nice gespielt man oh Junge ja dieses zurückflicken ist eh mal richtig krass let's go hä Roberto Firmino war der teilt? ne war er nicht braucht man oh mein Gott nein Jonas komm let's go Jonas da ist er da ist er das macht doch gar keinen Sinn nein oh mein Gott oh wie geht der vorbei ey der Jonas der ist so geil schön Torwart let's go let's go let's go ey ich wollte sogar move'n der da steht der da steht let's go was das ist zu viel das ehrlich zu viel ich wollte ganz linke ich wollte ganz linke ja der war gelb und dann move ich in das Eck wo der hinkommt und Käfer was weiß ich springt vorbei oder so wo ist der Keeper wo ist der Keeper let's go habe ich erst nicht mal angewählt bekommen der ist schon krass ich meine für 150k muss man ja eigentlich mitnehmen ich bin so dumm ich bin so dumm man ey wie kann ich so eine Firma hergeben let's go wo ist der Torwart wo ist der Torwart wo ist der Torwart Ui war das nice gespielt Nein Ja geiler Kicker Ja Hör doch auf lecker 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 Jonas Junge wie krank ist der 5 5 Mann Junge let's go Ey unfassbar Oh Pizzi Nein Oh wie hält der den Was Oh mein Gott Keeper Oh mein Gott Abseits Nein er war Abseits Bitte Was 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 ob das kein Abseits macht Oh mein Gott Let's go Pizzi Alter Oh Ich glaube dein Erfa hat es aufgehoben anders macht es keinen Sinn Oh mein Gott Let's go Danke Ah ja Also GG auf jeden Fall Fazit zu Jonas Jonas war auf jeden Fall geil Bei mir hat er 2 Tore eine Vorlage Ich schau mal bei mir 3 Tore eine Vorlage 10,0 Bewertung Ich glaube das sagt anders 9,5 Also ich würde sagen Wer den noch nicht gemacht hat für 150k Der muss ihn eigentlich mitnehmen Wäre auch mal Bock weil ein paar Fun Teams zu spielen Ich würde sagen Dann gehen wir gleich zum Discount Ich würde sagen Kommen wir jetzt noch zum Discount Und weil ich ja eben das Spiel 6,5 gewonnen habe In der 90. Minute Da habe ich jetzt einen Pick Weil ich würde sagen Bei deinem Team gibt es schon einige Spieler bei denen es ziemlich bitter Welt getreffen wird Ich habe gerade richtig Angst Weil Son Totz zum Beispiel 2,5 Millionen Coins wäre der Wert Dann Laporte Totz Allison Totz Und Jonas vor allem auch Der kostet zwar nur 150k Aber erstens Du kannst die SPC nur einmal machen und zweitens Der war gerade richtig gut Im Spiel Ja eben Also ich war auch extrem froh dass ich doch noch gewonnen habe Weil ich einfach nur den Jonas behalten will Weil der jetzt schon extrem Bock gemacht hat Also ich würde dann sagen Hast du umgestellt? Jo habe ich Ja dann würde ich sagen Discount mal den Torhüter Das tut gut Ach nee Es ist Fredericks Info Ich habe den Ich habe den vor zwei Wochen aus meinem Elfer Set gezogen Der ist Dann hast du nichts bezahlt sozusagen Ja 20k Wert Ist echt verschmerzbar Wo war Son? Son der war im Sturm Oh Laporte immer noch Erifau Jonas Elifau Als hättest du irgendjemanden aus der Verteidigung genommen Das wäre hart gewesen Weil Elfer war noch Naldo Ich hätte vielleicht noch Ich hätte vielleicht noch R.O.M. gedacht Das ist Das ist Richarlison Naja okay also Auch nicht so 27k Also Fredericks ist Discarded Jo dann würde ich sagen Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen Ich hoffe ihr Lasst ein Like da Abonniert den Kanal Weil ich denke jetzt in der nächsten Zeit werden ein paar mehr Videos kommen Vor allem mit den Tots Die jetzt rauskommen Und dann würde ich sagen Bei Bene haben wir eben auch ein Video aufgenommen Oberste Link in der Beschreibung Und was haben wir da gemacht? Ja auch ein Squad Builder Battle Und zwar mit dem Random Bundesliga Tots SPC Pack Keine Ahnung wie man es nennt Ja genau Auf jeden Fall Ich würde sagen Schaut auf jeden Fall rein Lasst ihm auch ein Abo da Falls ihr es noch nicht gemacht habt Und Schlusswort Hast du Alles klar Ja ich bedanke mich für die Einladung Dylan Schaut gerne bei mir noch bei unserem Video vorbei War auf jeden Fall ähnlich heftig wie hier Und ja Lasst den Dylan ein Abo da Auf seinem YouTube Kanal Supportet den ein bisschen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Also Tschö War dran